herzlich willkommen zu einem neuen shop video ich glaube heute kommt wieder neues gehen rein wir haben tatsächlich ferien das heißt es werden jetzt mehr videos kommen mein plan ist es ein modpack zu machen mit einem youtuber zwei anderen youtuber das heißt wenn er dort vorschläge hat für minecraft youtuber würde ich mich natürlich riesig freuen wenn ihr die kommentare schreibt und ich würde sagen jetzt schauen uns den item shop an wir haben heute neun skin drin und sei die taxifahrerin allerdings nicht ursprünglichen stil der bei auch schon ewigkeit nicht im shop war nicht der hier zwei der boxen stop skin und jetzt immer noch mal der taxifahrer wobei der eigentlich ziemlich gleich aussehen also ich finde man hätte auch als ein skin machen können aber ist nun mal so glänzt ziemlich stark hier der anzug sieht ganz nett aus kann man sich definitiv kaufen dann gibt es die marken den magengranaten skin in zwei verschiedene stilen einmal schimmer und einmal normal ganz nett dann treibhaus tomate auch damit zwei stilen kann man sich auch kaufen dazu den stachel klatscher tatsächlich von den ganzen spitzhacken dies zu den hier zu den tomato skin etc gibt finde ich das somit einer besten hat auch so einen schönen sound eben halt so als würde man gerade wirklich irgendeine frikadelle wenden oder so dann noch der rostige pizza schneider auch nett und dann haben wir das somit paket wieder drin hier zwei verschiedene skins jeweils mit zwei stilen die man freischalten kann hier auch das gleiche dazu auch noch ein backpack auch wieder mit zwei stilen der allerdings nicht freigestellt werden muss und noch zwei herausforderungen das ganze für 1600 v bucks geht auf jeden fall vollkommen klar da haben wir die grauen darin netter skin sexy schräg lager für den preis finde ich ist da etwas zu wenig dann sie ist runde als spitzhacke die ultra klingen auch wieder mit zwei stilen ist auch der nice spitzhacke der zahnseidenwirbler klassische zahnseidenmusik eben halt nur leicht andere moves und dann aber auch neu modernes hexenmuster sieht ganz nice aus kann man sich glaube ich definitiv kaufen für eine nicht animierte lackierung gefallen mit farben sieht ganz nett eigentlich aus das ist das mit dem heutigen shop video ich hoffe es hat euch gefallen dann bis zum nächsten video